Hallo Leute! Heute mache ich mein zweites Video in dem ich zeichne und ich hoffe euch hat mein erstes Video dazu gefallen. Ich fange dann auch an, ich wollte gar nicht viel dazu reden. Bis zum nächsten Mal. 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 So Leute, mein Bild ist jetzt fertig und damit das Video beendet. Und vergiss das Abonniere nicht.